Auf einem abgelegenen Teil des Erlebnisparks Schloss Thurn trainiert eine junge Stuntgruppe für ihren Auftritt am Abend. Auch wenn die Kämpfe gefährlich aussehen, folgen sie einer genau abgestimmten Choreografie. Angst haben wir eigentlich keine, wir kommen damit sehr gut zurecht, ganz einfach wegen des Trainingsaufbaus. Also wir gehen jede Bewegung, die wir vorher machen, erstmal wörtlich durch und dann immer im Schritttempo. Dieses Schritttempo wiederholen wir 10, 20 Mal, so lange, bis wir uns sicherer fühlen und erhöhen dieses Tempo dann langsam, bis wir irgendwann Showgeschwindigkeit erreichen. Also wir spulen das Programm, die Bewegung im Endeffekt nur noch ab. Und dadurch, dass wir intensiv miteinander trainieren und auch uns vom Labkampf her schon kennen, wissen wir, dass wir uns gegenseitig nicht wehtun und vertrauen uns gegenseitig. Und das ist ganz wichtig und ganz gut. Der Nachmittag startet mit einem kleinen Warm-up. Die Stuntmänner trainieren und die Zuschauer bekommen eine erste Kostprobe für den Abend. Die Bewegungsabläufe sind nun schneller und die Kämpfe ernster. Der Gruppe werden nur die Unkosten und das Feierabendbier bezahlt. Die Gründe für ihren Sport sind also andere. Weil es mir unheimlich Spaß macht, weil es mir darum geht, aus meinem Anzug herauszuschlüpfen, in meine Rüstung hineinzuschlüpfen und das, was ich früher mit Lego und Playmobil dargestellt habe, selbst zu erleben. Die große Show rückt nun näher. Da ist es wichtig, dass Rüstung und Schutzpolsterung gut sitzen. Und dann kommt einfach mit. Komm einfach mit. Lauf damit lang. Kommst du dann hier? Hier führt zu nichts. Endlich ist es dann soweit. Die Nervosität wird einfach überspielt. So kam es, dass Warnabas mit seiner Armee die Feierlichkeiten anlässlich des übergehenden Christalls störte. Die Nervosität wird einfach übersetzt. Man hat ihn schon aus dem Zuschauerraum mit Augsburger Puppenkiste verglichen. Finde ich sehr, sehr schön. Die Nervosität wird einfach übersetzt. Die Nervosität wird einfach übersetzt. Die Nervosität wird einfach übersetzt. Der Nervosität wird einfach übersetzt. Dann muss ich ganz, sehr, sehr gut übersetzt. Bis zum nächsten Mal.